So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich entzünde Lagerfeuer. Lagerfeuer sind halt hier, dann einfach anzünden, das Ganze könnt ihr nochmal anfachen. Wenn ihr die Aufgabe noch nicht fertig habt, hier diese blauen Aufgaben, ruhig mehrfach anzünden, weil jedes Mal anfachen bedeutet, ihr habt ein Lagerfeuer benutzt. Jetzt ist die Frage, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Aufgabe genau sein wird, aber auf jeden Fall entzünde ein Lagerfeuer oder benutze ein Lagerfeuer. Wenn es natürlich mehrere Lagerfeuer sind, dann halt einfach das hier auch mal immer wieder neu entfachen und so bekommt ihr halt die Anzahl auf jeden Fall hin. Denkt dran, das Ganze ist nur ein Leak, die Aufgabe wird wahrscheinlich so kommen, kann aber auch sein, dass sie leicht geändert ist. Sollte die Aufgabe aber komplett anders kommen, werde ich natürlich auch diese hochladen. Wenn ich euch dann jetzt, wenn die Aufgabe da ist, damit schon weiterhelfen konnte, gerne mal ein Like da lassen, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne auch ein Abo da lassen und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und ich denke dran, das hier war eine leichte Aufgabe. Aber wir haben ja auch wieder kompliziertere Aufgaben und in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.